Norddeutscher Rundfunk 2021 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 Hoi miteinander! Über unseren Grandland Hybrid habt ihr ja doch schon einige unserer vorangegangenen Videos gesehen. Jetzt kommt auch die Gelegenheit, wo ihr das Auto auch mal ganz unverbindlich testen könnt. Können wir uns besuchen an unseren Probefahrtstagen? Natürlich dürfen auch die Opel Crossland bei uns Probefahren kommen. Oder wie wäre es mit einer elektrischen Probefahrt? Zum Beispiel mit dem brandneuen Peugeot 2008. Natürlich haben wir auch noch viel mehr andere Modelle für Sie bei uns im Zündmobilzentrum in Altstetten. aus dem Zündmobilzentrum in Altstetten aus dem Zündmobilzentrum in Altstetten zu vorwärten Vielen Dank.